Die Fallen von den Tisch! Was kann ich? Die Fallen von den Hauptschalen! Zum Mist! Deswegen werden jetzt hier 100 Spiele! So! Ich muss mal kurz ins Inventar, ja? Ja! Ja, geht sowieso! Ich werde das mal hier den Typ nehmen! Das Problem eliminiert! Was war? Auch nichts! Du wurdest angegriffen! Alles gut! Danke für den Save! So! Up to playpoint! Stopp! Stoppus Bigos, Alter! Ich muss erst mal sammeln hier! Cool! Ich hab's schon gemacht! Oh! 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 Das ist aber auch ein heftiges Teil! Stahl, was ich hier früher hatte! Oh! 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 Ich hab alles genutzt, hm? Jaja, aber wegkommen ist jetzt die Sache. Beziehungsweise ne, ich hab da noch 2-3 Koks-Pakete liegen lassen, aber das war mir jetzt egal. Ich wollte nur von den 3-4-5 Kaufhaus-Leuten weg, irgendwie. Ja, wir wüssten dann nicht hier rein, wo ich jetzt grade bin. Das wusste ich, ich wollte schon testen. Hm. Hier. Ähm. Ja, die tanzen. Nur von uns. Blut, Blut, Blut. Ach, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ich hasse Suppe, ich hasse Höhe. Da unten leuchtet irgendwas wrong. Wo? Hier. Regen-Signalfackel. Ich muss unter Wasser ein Schloss knacken. Es ist offen. Junge, 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 Junge. Hallo. Wimst, wimst ihr tot? Hast du gesagt, ich hab diese Partikel in der Wasser gesehen? Wundervoll. Schön. Ich mag diese nice and nice and partikel. so die anderen zwei sachen ja hier ist eine piste wo kommen die 20 zombies her so wo müssen wir hin zurück ja schlosskranken wollte er etwa sagen du hast keine chance bevor er kurz gestorben ist ja ich weiß ja nicht wie diese unrealistischen einschätzungen zustande kommen na gut er trägt auch eine wollsturmhaube so let's go welchen zuerst links oder rechts rechts zum schluss das war knapp also wieder fast irgendwo runtergefangen ne ne jetzt bin ich irgendwo runtergefallen und es hat verdammt nochmal bumm gemacht bummzig knack und klack ich wusste nicht dass das funktioniert was hast du gemacht ich bin gesprungen tatsächlich und ich habe es ohne zu sterben und ohne aber also also so es wird es wird es ist oh Oh. Boah, junge Planetäraffen aber übel. Warte, stopp, Ruhe. Ja. Den hab ich schon gesehen. Sehr schön. Wow. Okay. Wir müssen genau hier rein. Ja. Ja. Stolperfall. Stolper, Stolper. Brech. Äh, ich sterbe. Ich bin tot. Äh, wo bist du in etwa? Im Wasser. Alter. Boah, Alter. Was für hässliche Kackbratzen, die mit diesem blöden Rotz hier rumrotzen, ey. Oh, Alter. Oh, Alter. Ich sehe dir einen Drecksfüscher, ne? Ja, aber ja. Das sind so richtige Naturarzt. Ja. Wow, die Kiste ist in die Wand gebackt, danke. Wow. Hier ist eine Kiste, ein großer. Perfekt. Boah, die kommen hier rein, Alter, wie Leute, die erstmal was reklamieren wollen, ja. Ähm, was müssen wir hier eigentlich tun? Ähm, Ventile öffnen, tatsächlich. Hier ist das zweite. Unter Wasser. Boah, wo kommt der Zombie her? Ja. Okay, das ist der letzte. Oh, das ist der letzte. Herz ist der letzte. Oh, der letzte ist der letzte. Ok, weiter, weiter. Alright, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yeah, probably dead. Oh, shit. I already hit the wrong trigger. Wow. Wow. I always hit the wrong house kick against a building and I hit the floor. What should you do? That's not healthy. Yeah, slowly but I know that. But the controller says the wrong trigger. Incoming. Yeah. I think it is very hard. Okay. 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 Wenn wir schon mal hier sind. Könnte man machen, ey. Wunderbar. Aber Fertigkeitenpunkte mach ich noch schnell. Okay. Ähm. Fertigkeitenpunkte genau. So. Du wirst nirgends etwas besseres finden. Fertig. 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 Uno secunda. Ah. Irres Beil. Fertig. Schöner Scherwaffen. Es gibt hier noch schnelle Waffen. Zum Beispiel das Phan vin08. Seine, Ihre Anrufe so einfach kann er handelt. Es fungt sich mal aus. Ich habe eine Luftwaffe. Das Handeln. Es gibt ein erweitertes Polizeigewähr. Das kaue ich mir jetzt mal. Das macht deutlich mehr Schaden. 368. Da steht richtig. Währends Katana. Did I get that one�? Sehr eki. Ich habe fertig Ich habe auch fertig Machen wir jetzt an der Stelle aus Und sagen, ja, danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Und ich hoffe ihr hattet Spaß, so wie wir Tschüss Ciao